Wo bist du gewesen? Sag es mir. Ich bin bei der Schwester der Mutter gewesen, oh weh mir. Was hast du denn dort getan? Sag es mir. Ich hab gegessen und auch getrunken, oh weh mir. Was hast du gegessen dort? Sag es mir. Ein Brühe mit Pfeffer gab es dort, oh weh mir. Was hast du getrunken? Sag es mir. Ein Glas voll mit rotem Wein, oh weh mir. Was haben die Hunde und Katzen gefressen? Sag es mir. Sie haben die Brühe mit Pfeffer gefressen, oh weh mir. Was ist denn darauf geschehen? Sag es mir. Sie sind in einer Stunde Flecht, oh weh mir. Was wünschst du dir für deinen Vater? Sag es mir. Ich wünsch ihm ein Stuhl, oh weh mir. Was wünschst du dir für deine Mutter? Sag es mir. Ich wünsch dir ein Stuhl in der Hölle. Oh weh mir. Oh weh mir. Wir waren mit großartiger Corona.